Guten Morgen, ihr Lieben. Eine kleine, ein Pyjama-Life mit Kaffee. Ja, heute ist ja der letzte Tag zu diesem super duper Preis für vier Monate intensiven Businessaufbau. Und zwar von innen nach außen. Hey, guten Morgen. Ich habe mein Business immer von außen nach innen aufgebaut. Deswegen hat es super lang gedauert. Ich habe außen einen Schritt gemacht und dann bin ich innen reingewachsen. Und dann habe ich mich wieder irgendwann mal den nächsten Schritt getraut, weil ich ja innen größer gewachsen bin. Und dann bin ich wieder größer gewachsen. Mit dieser neu geschaffenden Größe, die ich mir dann erlaubt habe, habe ich wieder den nächsten Schritt getan in meinem Business. Die nächste Vision mir erlaubt. Die nächstgrößere Vorstellung. Weil wir kreieren ja immer über unsere Vorstellung. Und so ist es so ein kleiner Schritt-für-Schritt-Prozess gewesen. Immer ein bisschen mehr, ein bisschen größer geworden innen, mich ein bisschen mehr getraut, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein bekommen, ein bisschen mehr gewusst, das, was ich mache, ist doch ganz gut. Und so war das wirklich ein Schneckentanz. Der Aufbau von meinem Business oder sogar von meinen verschiedenen Businesses ist jetzt egal. Mein Business ist eigentlich nur eins. Auch wenn ich ganz viele verschiedene Unternehmen aufgebaut habe, weil ich, auch wenn ich ein Hotel geführt habe, auch wenn ich eine Skischule aufgebaut habe, auch wenn ich eine Unternehmensberatung aufgebaut habe, aber letztendlich hatte ich nur ein einziges Business. Und das war ich. Ich bin mein Business. Ich verkörpere mein Business. Ich verkörpere meine Beziehungen. Ich verkörpere mein ganzes Leben. Ich verkörpere mich als Mutter. Es ist alles mein Business. Es ist ein einziges Business. Und wenn man sich entscheidet, selbstständig zu sein, dann ist es auch ein Business. Aber ich unterscheide eben, selbstständig zu sein, damit wirklich ein Unternehmen zu haben, eine Angelegenheit zu verfolgen, eine Vision zu verfolgen, etwas bewirken zu wollen in diesem Leben, während diesem Leben. Und das ist eigentlich meine Mission, euch klarzumachen und zu begleiten, dass diese Rödlerei, diese Schritt-für-Schritt-Reinwachserei schnell gehen kann, weil es ein persönlicher, innerer Entwicklungsprozess ist, den du dir erlaubst. Und es geht nicht darum, eine Geldmaschine aufzubauen, sondern es geht darum, eine Wirkungsmaschine zu sein, eine Wirkungskreatorin, Kreator, ein Wirkungsgenerator, der Dinge erschafft und bewirkt. Darum geht es doch. Und dann macht es eben Spaß. Dann ist es dieses scheinbare Herzensbusiness. Aber auch hier, viele machen ihr scheinbares Herzensbusiness und gehen dabei leer aus. Machen sich immer noch klein. Haben immer noch Angst vor der Meinung von anderen Leuten. Haben immer noch Angst, nicht gut genug zu sein. Haben immer noch Angst, abgelehnt zu werden oder nicht überleben zu können mit dem Business. Und all diese Ängste, all diese Ängste sind Vorstellungen, all diese Ängste sind eigene Kreationen, die umkreiert werden müssen. Und zwar erst mal von mir. Und ich habe es jetzt so, so deutlich gesehen. In dieser Foundation und jetzt die Frauen gehen ganz anders in der Bigger Game Mastery. und ich möchte das euch in diesen vier Monaten auch mitgeben in dem Business-Programm. Einfach auf Business fokussiert, auf das, dass ein erfolgreiches Business ist. Was das heißt, dass du das nach vier Monaten hast, dass du eine erfolgreiche Businessfrau bist. Und darum geht es mir. Darum will ich dich begleiten. Und diese ganzen Ängste, es kann nicht gehen, wie soll es gehen, wie soll es erfolgreich sein. Es liegt nur an dir, es liegt nur an deiner inneren Welt. Es liegt daran, was du dir vorstellst für dich und dein Leben. Es ist tatsächlich, ich habe geschrieben, glaube ich, 98%, 95% Vorstellungskraft. Und unter Vorstellungskraft meine ich nicht nur das Bild. Unter Vorstellungskraft meine ich das Gefühl. Unter Vorstellungskraft meine ich die Ansichten. Unter Vorstellungskraft meine ich die Überzeugungen. Das alles gehört für mich zu Vorstellungskraft. Das ist aber alles eine innere Sache, wo außen, das Außen oder die jetzige Situation oder die vergangene Situation oder die weltpolitisch zu erwartende Situation überhaupt nichts damit zu tun hat. Rein gar nichts. Die wirtschaftliche Lage hat nichts mit deinem Business zu tun. Das, was da draußen gerade ist, hat nichts damit zu tun, ob du ein erfolgreiches Business aufbauen kannst, ob du eine erfolgreiche Businessfrau sein kannst. Es hat einzig und allein damit zu tun, dass du diese große Vorstellung von deiner Wirkung, was du bewirken willst, was dein Traum ist, was dir wichtig ist, was deine Message ist, dass du dir erlaubst, es rauszubringen mit einem sicheren Wissen, dass das in die Welt gehört, dass du das in die Welt bringen willst, dass du das in die Welt kreieren willst. Es geht nicht darum, dass du es in die Welt manipulierst oder kontrollierst. Nein, du generierst es, du kreierst es und somit können wir die Welt verändern auf großem, großem Stil. Und meine persönliche Mission ist es, dass ganz, ganz viele Menschen, insbesondere natürlich Frauen, Frauen das so tief verankert haben und verstehen, wie jetzt die Frauen in der Foundation. Das sind Frauen, die sich getraut haben, es anders zu machen, anders zu denken und jetzt plötzlich nach sechs Wochen große Veränderungen erkennen in ihrem Leben, wo sie sagen, oh mein Gott, guten Morgen, Kaffi, hallo Ute, jetzt sehe ich dich. und große Veränderungen erkennen in ihrem Leben und sich trauen. Dinge, die vorher überhaupt nicht auf ihrem Schirm, wie man so schön sagt, gewesen wären, färlen ihnen jetzt ein, sie stellen es sich vor und plötzlich zeigt es sich im Außen, weil das der Prozess ist. Und ich habe ein paar Zitate von der Andrea aus einem ganz tollen Video, das sie gestern Abend gemacht hat, weil die Ladies machen immer Daily Reports von ihren Tagen und die werden immer krasser, was alles passiert. Und sie hat eben diese Aussage gemacht, Kreation ist einfach nur ein kühner Prozess. Und das übertrage ich jetzt einfach auf Business Building, ein Business Aufbau, Business führen, Business kreieren ist auch einfach nur ein kühner Prozess. Und das ist genau das richtige Wort, das ist so ein altertümliches Wort, Kühn, Kühnheit, da ist Mut drin, da ist ein bisschen Überheblichkeit drin, da ist Selbstsicherheit drin, da ist Klarheit drin, da ist einfach genau das, was ich in die Welt bringen will. Und das ist mir so wichtig, wenn wir nicht anfangen, unsere kühnsten Träume in diese Welt zu bringen und zu realisieren, wenn wir immer noch auf der anderen Seite nach außen schauen und denken, was für ein Frust, was für eine Craziness, was für eine verrückte Welt, ich gehe mal Notartikel kaufen für die Menschen, ich gehe mal warme Winterkleidung spenden. Leute, wir können so viel mehr tun, wir können so viel mehr tun, als unser Gewissen mit irgendwelchen Spenden und guten Zwecken zu beruhigen. Wir können die Welt auf den Kopf stellen. Wir haben so viel Macht, wir haben so viel Kraft, wir haben so viel Power. Wir müssen nur endlich wirklich diese Kühnheit erlangen, in unsere Schöpferkraft hineinzutreten und es einfach konstant und nachgiebig zu tun. Und warum es nicht klappt bei vielen ist, dass sie sich immer wieder durch irgendwelche Äußerlichkeiten, durch äußere Meinungen, durch irgendwelche Ansichten von Menschen, die nicht verstehen, wie Schöpfung funktioniert und wer sie wirklich sind als Schöpfer und krass im Außenleben und versuchen, nach den alten Regeln, die sie gelernt haben, hier irgendetwas zu bewegen und dann total enttäuscht sind, weil da nichts geht. weil so halt nichts geht. Es geht nur über diesen kühnen Prozess der göttlichen Schöpfung und in diesen Standpunkt komme ich herein, wenn ich diese Divine Design Reise mache, wenn ich eben erkenne, dass diese menschliche Art und Weise zu leben und zu denken so limitiert ist und wenn ich mir erlaube, diese göttliche Art und Weise zu leben und zu denken anzuwenden, dass ich plötzlich keine Limits mehr habe und wenn ihr dieses Divine Design Reading, das ich gestern gemacht habe, nochmal durchgeht, dann merkt ihr, dass ich euch in eine Vorstellungswelt geführt habe und für den Geist, für den Schöpfergeist ist es egal, was du ihm zeigst, ob das etwas, ein Bild im Außen ist, das du siehst oder ein Bild im Inneren, der Schöpfergeist muss wissen, was zu schöpfen ist und diesem Schöpfergeist das klar zu machen, dazu musst du die Person sein, die das erschafft, die das in die Welt bringt, die weiß, dass sie das tut mit einer kühnen Selbstsicherheit, einem dranbleiben, einem sich nicht abbringen lassen, in dieser Person, in diesem Raum zu bleiben und das ist ein kleiner Kampf mit dem Alten, es ist ein kleiner Kampf mit dem, was wir gelernt haben, es ist ein kleiner Kampf mit dem, wo wir glauben, wo die Sicherheit ist, es ist ein kleiner Kampf mit all diesen Dingen, die wir früher meinten, die richtig sind, die uns aber nur eingeschränkt und klein gemacht haben und unterdrückt haben und darum geht es und das ist super machbar in vier Monaten und du kannst in vier Monaten deine geschäftlichen Türen eröffnen, auch wenn du jetzt noch keine genaue Ahnung, kein genaues Konzept hast, weil wenn du hier bei mir einsteigst, dann wird eins deiner Konzepte sein, diese Divine Design Reise weiterzubringen, auf deine eigene Art und Weise, weil du nicht mehr auskannst, um das zu sagen, den Menschen beizubringen, zu lernen und ich freue mich so riesig, dass die Erste, die dabei ist, voll on, sich um Kinder kümmert, diesbezüglich, um Kinder und deren Eltern, um genau da rauszukommen, aus diesen Limitierungen und das ist doch so wichtig, das ist doch so eine große Vision, sie hat so eine große Vision und das ist so eine wichtige Vision und das zu machen und umzusetzen und da anzufangen und so möchte ich Frauen inspirieren, mitzukommen und diese Vision für sich zu leben und unsere Welt zu verändern, weil wir es können, wir können die Welt zu so einem tollen Platz machen, wenn wir aufhören, so klein zu sein, wenn wir aufhören, so Bullshit zu denken, wenn wir aufhören, zu glauben, dass es alles mit unseren Händen und unseren Worten geschieht und endlich erkennen, dass es in uns entsteht, in unserer Vorstellungskraft, in dem Vertrauen, in unsere Vorstellungskraft, dass wir wissen, es wird pushed out, alles wird outgepusht und wenn ich will, dass diese geilen, tollen Sachen, dieses tolle Leben outgepusht wird, diese tollen Beziehungen ausgepusht wird, dieses tolle, das ist groß, das ist viel zu groß für unseren Verstand und das müssen wir dem klar machen, wir müssen anfangen, ihm zu erklären, dass er eigentlich hier nur eine kleine, kleine Rolle spielt und das ist der Weg, Leute, das ist der Weg und wenn ihr da Feuer und Flamme seid und sagt, warum sollte ich nicht dafür bezahlt sein, diese Message weiterzutragen in meinem Bereich, in dem, wo ich Feuer und Flamme bin, warum sollte ich nicht dafür bezahlt werden, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, den Menschen ein freies, lebenswertes, glückliches Leben zu ermöglichen, glückliche Beziehungen zu ermöglichen, warum sollte ich nicht Teil davon sein, warum sollte ich nicht Teil von diesem Movement sein und mich rausstellen und das andere lehren, weil ich selber am eigenen Leib erfahren habe, dass die Regeln, dass die Zusammenhänge, dass das, was mir als Kind eingetrichtert worden ist, nichts bewegt in dieser Welt, warum sollte ich nicht die sein, die sowieso keinen Bock mehr hat auf die alten Regeln, auf die alte Welt, die alte Art und Weise zu leben, warum sollte ich nicht die sein, die einfach mal tacheles redet und sagt, hey, du bist es die kreiert, du bist es derjenige, die Person aus dem Innen, aus deinen Vorstellungen heraus, ohne Schnickschnack, ohne Wuh, Wuh, Wuh und ohne, dass du eine Sekunde glaubst, dass da draußen irgendwelche Energien, energetische Zusammenhänge sind, die auch nur einen einzigen Einfluss auf dich haben könnten. Das ist die krasse Freiheit. Ich weiß, es gehen ganz, ganz viele, gehen diesen Weg, aber viele sind immer noch irgendwo und sagen, ja, die heutige Zeit und ja, da ist jetzt eine Planetenkonstellation, ein Portal, das diese, diese Energien generiert. Leute, du allein kreierst die Energie in deinem Universum. Da pfuscht keiner rum. Du bist die einzige operierende Kraft und da kommt kein Pluto, kein Mars Retrogate oder was weiß ich nicht was, keine Astrologie zum Zug. Wenn du kühn dein Universum kreierst und nur so funktioniert es, hundert Prozent, ich bin mir so hundert Prozent wichtig, richtig und wichtig. Ich weiß das so sicher und alle, die da noch die Umwege gehen und versuchen, irgendeine Bedingung im Außen zu erfüllen oder der eine Macht zu geben und sei es nur eine Statue, eine Planetenkonstellation, eine Lakshmi, was weiß ich nicht was, was allen noch immer einfällt, dass da etwas ist, was ich nicht kreiert habe. Wenn da Bluetooth Retrogate oder Mars Retrogate oder Astrologie oder sonst irgendwas ist, dann bin ich die Person, die das generiert und wenn mich das aktiviert und ich das dazu brauche, don't be, aber ich muss es nicht haben und wenn es mich einschränkt und unterdrückt, don't be, ich muss es nicht haben. Ich kann alles selber kreieren, ich mache alles, alles, alles selber und es ist so krass, dass ich es auch jeden Tag selber wieder sagen muss, dass ich Teachings machen muss, dass ich Coachings machen muss, dass ich mich selber immer wieder daran erinnern muss, dass ich immer wieder diese Perspektive einnehmen muss und sehen muss, wie jetzt alles aus mir heraus, durch meinen Seinszustand, durch den Raum, den ich eröffne, alles kreiert wird, alles, 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 was da ist. Jeder Mensch, jedes Tier, jeder Geldschein, jeder Sonnenstrahl, das bin ich in meiner Welt und genauso ist es für dich in deiner Welt und so mit dieser Basis, mit dieser Foundation können wir die großartigsten Dinge in diesem Leben kreieren. Nur wir müssen einfach stabil sein in diesem Wissen, stabil in diesem Seinszustand, stabil in diesem Raum und nicht immer wieder in Räume reinhüpfen, wo wir Opfer sind, wo wir ausgeliefert sind, wo wir nichts verändern können und diese Räume, das sind die Räume, diese Gefühlszustände sind die Räume und diese Gefühlszustände wiederum sind Vorstellungszustände, weil je nachdem, in was für einem Gefühlszustand ich bin, kann ich mir Dinge besser oder schlechter vorstellen und ich muss dieses ganze Package muss ich handeln, dieses ganze Package me, muss ich in diese Divine, in diesen Seinen Zustand bringen, God State, wie es Neville Goddard nennt und dann bin ich so powervoll und kraftvoll und dann kann ich die Welt verändern und das wollen wir alle, alle, die ihr hier seid, wollt ein außergewöhnliches Leben, weil ihr das nicht nur für euch wollt, sondern für alle Beteiligten in eurer Welt. Ihr wollt eine außergewöhnliche Welt und dann müssen wir sie halt kreieren und zwar Vollgas und Business ist eine, ein super Bereich davon, wo wir einen riesengroßen Impact machen können, wo wir viele Leute erreichen können, weil wir eine Angelegenheit haben, die uns wichtig ist, weil wir eine Message haben. Gestern habe ich mit einer gesprochen, sie hat gesagt, ja, ich hätte gerne multiple Einkommensströme und dann habe ich gesagt, das ist toll, aber fokussier dich doch mal auf multiple Wege, wo du deine Message absetzt, weil es ist immer die gleiche Message, die wir haben, die Message der Wahrheit heißt, wir sind frei, wir sind Schöpfer, wir sind nicht unterdrückt von nichts, von keiner Politik, von keinem System. Das ist die wichtigste Message, die es jetzt hier zu geben gibt, in diesem Leben, das da draußen, das wir uns kollektiv kreiert haben. Da gibt es nur diese Message, wie werde ich frei, wie werde ich glücklich, wie werde ich, wie kann ich mich ausleben, wie kann ich das erleben, was man hier auf Erden erleben kann, bevor ich die Kurve kratze und abkratze, um das mal disrespektierlich zu sagen, wie Easter Hicks. Ja, es geht darum, eine geile Zeit mir hier zu erschaffen und das kann nur ich und du kannst es nur du für dich und deinem Leben, aber dazu musst du, auf Englisch heißt es bold, kühn, waghalsig, anders, vorwärts gehen, dieses Leadership, du kannst nicht von hinten führen und führen tust du von vorne und die Führungsposition, die ist halt nicht im kuscheligen Nestchen mit allen anderen, da musst du dich ein bisschen rauslehnen und dieses Rauslehnen ist so safe, wenn du weißt, wo du dich anlehnen kannst an diese unglaubliche Schöpferkraft, aus der du gemacht bist, die du bist, dass du dich an dich selber anlehnst. All diese Dinge möchte ich dir so gerne beibringen, dass du keine Angst mehr haben musst, dass du so groß sein kannst, wie du wirklich bist und diese Größe auch ausleben kannst und zwar für dich und für die Welt im Guten. Und das ist Divine Revolution, Divine Evolution, Business and Leadership Akademie mit Fokus auf ein Business in diese Art und Weise, weil du gehörst dafür bezahlt, wenn das die Message ist, die du austeilen möchtest, Freiheit, Liebe, Glück, Fülle, 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 Fülle an Möglichkeiten, gebt sofort auch die Fülle an Geld. Es ist alles dasselbe, das bist du. Es ist alles dasselbe. Alles, was du möchtest, musst du erst sein und wie du das sein kannst und wie du das leben kannst, das möchte ich dir zeigen, weil mit den Denkmustern und Überzeugungen und Ansätzen, die wir bis jetzt gelernt haben, diesen immer noch restriktierten Vorstellungen, kommen wir da nicht hin. Das ist bedingungslos. Und bedingungslos heißt, du entscheidest, du bist. Du entscheidest, du bist. Und wenn du bist, lebst du. Aus diesem Seinszustand heraus. Es gibt keine Bedingung. Es gibt keinen richtigen Ort. Es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Es gibt keine richtige Ausbildung dafür. Es gibt keinen richtigen Background dafür. Es gibt keine Weiterbildung dafür. Es gibt nur dich. Und du darfst sein, wer du willst. Bedingungslos. Egal wie alt du bist. Egal wo du herkommst. Egal wo du aussiehst. Egal was bis jetzt in deinem Leben war. Egal. Es hat alles keine Bedeutung. Wenn du diesen Dingen keine Bedeutung gibst. Es gibt keine Einschränkungen. Wenn du keine Einschränkungen siehst oder kreierst. Und all diese Einschränkungen, die du jetzt noch siehst, sei es im Menschen, sei es in dir selber, sei es in deiner Geschichte, sei es im Außen. All diese Einschränkungen möchte ich dir helfen, loszuwerden und loszulassen. Damit du dein Ding leben kannst. Damit du dein außergewöhnliches Leben leben kannst. Und alle Menschen mitnehmen kannst, die dir am Herzen liegen, in ein außergewöhnliches Leben. Und ich sage dir eins, wenn es du nicht machst für dich, wird es nicht passieren in deiner Welt. So hart das klingt. Aber warte nicht auf irgendjemand anders, auf irgendeine Chance, auf irgendeinen Moment. Wenn du es nicht kreierst, weil du bist die einzige operierende, wirksame Kraft in deinem Universum, in deinem Leben, in deiner Welt. Wenn du es nicht tust, wird es nicht passieren für dich. Wirst du es nicht erleben. Und das kannst du mir glauben. Weil ich habe es an mir erlebt, ich habe es bei anderen gesehen. Und erst dann, wenn dieser Switch kommt und sagt, ja, ich bin es. Ich bin es. Ich bin diejenige. Ohne Wenn und Aber. Ohne Zweifel. Diejenige, die es machen kann, die es kreieren kann, die es schöpfen kann, die alles verändern kann. Wenn du in diese Kühnheit hineinkommst, dann werden sich die Dinge realisieren und materialisieren. Das kann Angst machen. 100 Prozent. Deswegen gehen wir zusammen. Und es ist auch sehr kühn, was ich dir jetzt hier erzähle. Das ist auch sehr kühn, was ich dir jetzt hier verspreche. Aber wenn ich diese Kühnheit nicht habe und vorausgehe und es dir zeige, dir den Raum eröffne, dir die Möglichkeiten gebe, wie du dich selber managst. Du, du machst alles selber. Ich coache dich. Ich trainiere dich. Und du übst. Du trainierst. Bis du es bist. Und wenn ich nicht so kühn bin und sage, ich kann kein Coach und ein Trainer sein, dann bin ich auch nicht hilfreich. Dann verändere ich doch gar nichts. Dann kann ich doch meine Mission nicht in die Welt hinausbringen. Aber es geht durch mich hindurch. Ich muss die sein, die da vorne steht und die dir sagt, dass es möglich ist. Weil du brauchst jemanden, der dir sagt, dass es möglich ist. Und so brauchen wir uns einander. Wir müssen uns endlich anfangen zu sagen, was alles möglich ist und aufhören uns gegenseitig zu sagen, was nicht möglich ist, weil darin sind wir super gut. Das können wir uns selber sagen, das können wir uns den anderen sagen. Sei vorsichtig, pass auf, sei nicht so kühl, trau dich nicht, sei lieber vorsichtig, mach kleine Schritte. Es ist egal, wie groß die Schritte sind, die ich tue. Es geht immer nur um mich, um meine Energie, meine Überzeugung, meine Kühnheit. Ja, ihr Lieben, ihr könnt mir heute noch schreiben. Ich bin wirklich da. Ich rede gerne auch einzeln mit euch. Ich telefoniere mit dir. Ich habe immer mal wieder einen Slot. Es gibt nicht viel zu erklären, zu sagen. Ich finde eine Zeit für dich. Bis heute um 12 ist dieser Vorteilspreis da für das Business-Programm. Wir werden es noch ein bisschen hinten rausschieben mit dem offiziellen Anfang, weil wir haben noch der Bigger Game Mastery und ich möchte es nicht zu sehr überschneiden lassen, weil tatsächlich die Ladies aus der Bigger Game Mastery ihr Business draus machen wollen, weil sie sich trauen, weil sie groß sind schon, weil sie die Foundation haben, aber das heißt nichts für dich. Ich muss das erst noch haben. Ich muss das, oh, oh, oh. Du kriegst es von mir geballt, wenn du ready bist. Und alles, was du mitbringen musst, ist Ausdauer, Ausdauer und Überzeugung und Vertrauen erst mal in mich, bevor du es in dich selber hast. Und das Vertrauen in dir selber ist das Allerwichtigste, was wir kreieren. Und das ist das Vertrauen in dich als Schöpferkraft und nicht in dich als Menscheleien, sondern du als Schöpfer, du als Großer, 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 Großer. Gott erschuf die Welt. Du bist Gott. Gott, also wir erschaffen die Welt so oder so. Wir sind Gott, so oder so. Jetzt wird es aber an der Zeit, es ist an der Zeit, dass wir es verstehen, dass es heißt, Gott erschuf die Welt und sie war gut. Bis jetzt ist immer noch die Devise, Gott erschuf die Welt und sie ist scheiße. Und das müssen wir unbedingt verändern, wenn wir uns verändern, wird alles sich verändern. Ich kann es euch nur sagen, traut euch für alle, die dir geschrieben haben, ja, Business ist mein Ding. Ja, diese Wahrheit muss in dein Business rein, sonst wirst du nicht zufrieden sein. Diese Wahrheit musst du weitertragen, sonst wirst du nicht zufrieden sein. Diese Wahrheit musst du selber umsetzen, täglich, minütlich, sekündlich, sonst wirst du nicht zufrieden sein. In deinem menschlichen Kleid wirst du die Zufriedenheit niemals suchen, weil es wird dich immer wieder auf die Divine Design Reise treiben, bis du irgendwann mal in einem göttlichen Kleid angekommen bist und dort zur Ruhe, zu Frieden, zur Freiheit, zu dem Gefühl von Angekommen sein kommst. Du wirst es sonst nicht finden. Glaub mir. Also, ich glaube, ich habe alles gesagt, sonst fängst du nochmal bei Null an, wenn du später eingestiegen bist. Ich freue mich tatsächlich noch heute von dir zu hören. Ich bin ein bisschen unterwegs, aber ich werde sicher immer einen Moment finden, mit dir zu sprechen oder zu schreiben. Ich denke, sprechen ist besser. Wenn du es ernst meinst, komm und mach hier Divine Revolution mit deinem Business. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.